Hi Leute und willkommen zurück zu Tales of Berseria. Im letzten Part haben wir der Schattenguild einen Besuch abgestattet und sie hat sich bereit erklärt uns zu helfen, aber dafür müssen wir drei Aufgaben erledigen und eine davon haben wir schon gemacht. Und zwar im letzten Hafen sollten wir ein Lager zerstören, in dem angeblich Medizin wohl war, von der Kirche, das wir natürlich nicht glauben wollen. Okay, jetzt sollen wir den gelehrten Mandy finden, auf der Seestraße. Ich muss mal gucken, ist das jetzt der Weg, den wir gehen müssen oder nicht. Außerdem sind wir dem Blutschwing begegnet und die haben uns mehr oder weniger den Auftrag gegeben. Um so ein paar Boss-Dämonen zu erledigen. Und auf der Seestraße soll auch einer von diesen Dämonen sein. Einen dieser Boss-Dämonen haben wir ja schon mal erledigt. So ein äh, den Vampir-Baron. So ein äh, den Vampir-Baron. So ein äh, den Vampir-Baron. Ja, den Vampir-Baron ist das so gut, die Dämonen. Es geht nicht mit mir. Ich würde nicht verhalte, mich zu schützen, wenn ich nicht in der Falle zu tun. Ich sehe es nicht als ein Verlust. So, die Abbey hat nur ein paar Exorcisten, sehr starkes für etwas so, dass etwas so festgestellt ist, richtig? Wahrscheinlich. Ich würde sagen, Praetors, wie Lady Theresa und Legates, würde wahrscheinlich darauf achten. Und diese Leute sind alle deine Enemies, nicht wahr? Ich verstehe, wo du mit diesem geht. Die Abbey ist stark, beide in ihren individuellen Mitglied und als Organisation. Und wenn wir die Gap zwischen uns und ihnen haben, müssen wir starken Opponenten kämpfen, wie dieses Demon. Das ist das, was ich machen würde. Aber du bist frei, um deine eigene Entscheidung zu machen. Okay... Okay... Das ist aber der, glaube ich, nicht, den ich suchen sollte. Ja, ja. Okay... Und dann checken wir hier oben... Die Items... Dann können wir... Oh, hier ist ja gerade ein Speicherpunkt. Okay, warum hat die Schlange einen schwarzen Schatten? Ist das jetzt ein Game-Feel? Und dann speichern wir, bevor wir uns mit dem... Fichte mal anlegen... Okay... 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 Jetzt nochmal... Okay... Jetzt nochmal... Hier ist weiter nichts... Okay... 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 Dann checken wir hier jetzt nochmal... Okay... 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 Gucken... Schwäche Wind... Widerstand gegen Feuer und Wasser... Wird dann erhöht... 18.000 Leben... Alter... Ich weiß... Ich weiß... Oh... Ich weiß... Ich weiß... Das Training ist nicht wertvoll, wenn du es getötet hast... Lol... Er ist schon instant tot... Okay... Ich weiß... Nein... Ich weiß... It war... Ich weiß... Wir haben... Und... Es ist eigentlich... Zu langsam! Vergiss die Schmerzen und bewege! Lass uns heilen! Krieg noch einen anderen Tag! Jetzt war mir aber irgendwie schon klar, dass das nichts wird. Allein, dass der AOE-Angriff da eben schon 1100 Schaden gemacht hat. Nein, nein, geht weg. Ich bin nix von euch. Euch geht schon einen großen Bogen drumrum. Trotzdem kommen die noch an. Ach, wieder falsch gelaufen. Okay, ähm... Kommen wir diesen Wasserfall da hoch? Ich glaube nicht. Nichts. Nein. Okay, da hinten ist der Stern. Das heißt, wir müssen uns jetzt die ganze Straße lang schlagen. Ein bisschen regeneriert haben. So, das müsste das erste reichen. Oh, wieci! Der blow ist ja schon. Oh, das muss er jetzt sagen, dass die Schmerzen lieben. Derfall ist ja schon wieder so schnell. Ich glaube nicht, der Fall ist, dass es uns da ein Gerstück geht. Ich glaube, ich habe über die Schmerzen gefeiert. Ich denke, das stimmt. Ich verstehe, ich finde sie ganz gut. Ich�se das Zeigern nicht mehr. Dauber oder wirst du? Wirst du nicht verleiche? Okay. Ist es jetzt egal, wo wir landen, ob oben oder unten, wir kommen auf jeden Fall dahin, oder? Oh, das ist jetzt egal. Nein, nein. Diese Fäden sind genauso nervig wie die Geisterviecher. Okay, soll das... Nein, lass mich in Ruhe. Ah ja. Das klappt nicht, wenn ich mit Zick-Zack laufe. Die Viecher. Da. Nein, nein. Nein, nein. Willst du das jetzt mal lassen? Ich glaube noch nicht in den Lut. Na. Toll. Hallo. Nein, nein. Oh Oh Deception Your style is really unique just wait until I pull out the good stuff Okay, now they're really nerf Lol lol wenn man Gegner besiegt, wird man um 50, 30 um 110 kp geheilt für jeden besiegten Gegner ok ok ok, da ist der Gegner, den ich vorhin gemeint habe ich hoffe, dass es kein op, Fiffy, der Affe sonst sind wir jetzt auch alle gleich sofort platt ok müssen wir testen nicht hier noch was na, stell ich ruhig daneben, wo ich hin will nein ok, jetzt kriegen wir die andere Katzenkiste auf und dann schauen wir mal, was der Gegner kann also, schwach gegen Wasser haben wir natürlich nicht ok nicht hier gut nicht hier nicht hier nicht hier Okay, wir dürfen nicht belasten lassen. 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 Okay, wir müssen eine Kiste. Okay, wir müssen die Kiste, die schnappen uns noch. Nein. Ich bin noch nicht geheilt. Okay, man kann von beide Wege gehen. So, ob wir jetzt den Gelehrten finden, den wir für die Schattengilde suchen sollen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschau Leute.